Stefan Zweig, einer der undurchschaubarsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Wer ist dieser Mensch, der noch heute zu den meistgelesenen Autoren zählt? Es gibt unzählige Bücher über ihn, zahlreiche seiner Novellen wurden verfilmt. Sein Einfluss erstreckt sich über die ganze Welt. Doch Zweig ist auch ein Mensch der Widersprüche. Dieser subtile Schriftsteller spürt in seinen Büchern immer wieder dem Unbehagen anderer nach, erforscht ihre Lebensgeschichten. Seine eigenen Qualen indes verrät er nie. Zweig wird im späten 19. Jahrhundert im Herzen Europas geboren. Er ist ein passionierter Reisender und trifft die größten Intellektuellen seiner Zeit. Europa ist für ihn ein unendliches Feld der Möglichkeiten, bis die beiden Weltkriege alles zunichte machen. Stefan Zweigs Geschichte ist die Geschichte eines Europäers. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am 23. Februar 1942 schlägt die Nachricht wie eine Bombe ein. Stefan Zweig hat sich am vorangegangenen Tag das Leben genommen. Alle, die ihn gekannt haben, sind fassungslos, auch seine zahllosen Leser. Niemand kann sich diesen Freitod erklären, den der Nomade gemeinsam mit seiner Frau Lotte in seinem Exil im brasilianischen Petropolis gesucht hat. Zweig musste erleben, wie die beiden für ihn wertvollsten Dinge verschwanden. Er verlor, was er über alles, sogar über sein eigenes Leben gestellt hatte. Freundschaft und Europa. Freundschaft wurde enttäuscht oder verraten und Europa wurde durch die Truppen der Nazis beseitigt. Was blieb da noch? Stefan Zweig wird am 28. November 1881 in Wien als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Familie geboren. Seinem Vater gehört eine Textilfabrik, die der ältere Bruder einmal übernehmen soll. Wien ist damals Hauptstadt des Kaiserreichs Österreich-Ungarn, das seinem Ende entgegen geht. Aber für Stefan Zweig ist Wien vor allem das Herz Europas. Sein Leben lang wird er Österreich weniger als sein Vaterland betrachten, denn als ein Stück jenes Europas, dessen Aufbau er sich wünscht und das weit entfernt ist von Nationalismus und Krieg. Seine in Ancona geborene Mutter spricht zu Hause Italienisch und vermittelt ihm die Lust auf die Fremde. Zweig reist schon in jungen Jahren nach Berlin, Paris, Algier, Rom, London und ins ferne Moskau. Nach Europa ist Indien an der Reihe, anschließend die USA. Er versteht sich als Wanderer durch die Welt. Und in all diese Städte und Länder kann man zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch ohne Pass reisen, ohne sich in irgendeiner Form auszuweisen. Für Zweig ist das der Gipfel der Freiheit. Diese Freiheit schildert er in seiner posthum erschienenen Autobiografie Die Welt von Gestern. Und sie ist verkörpert in Europa, einem Ort, wo man eine Kultur teilt, wo sich jeder frei bewegen kann. Idealistisch? Nein. Europa ist zu jener Zeit kosmopolitisch. Wie viele seiner Zeitgenossen beherrscht Zweig fünf Sprachen in Wort und Schrift. Zweig ist kein Idealist. Er sieht alle Mängel dieses sich im Umbruch befindenden Europas. Auf der einen Seite die durch die Jugend verkörperte Hoffnung, Poesie, Literatur, Malerei, Musik. Auf der anderen ein von Langeweile und Dämmerschlaf bestimmtes Leben. Zweig mag das Neue, das Junge. Seine Idole sind der erst 16-jährige, aber bereits berühmte Schriftsteller Hugo von Hoffmannsthal und der 20 Jahre alte Rainer Maria Rilke, der Dichter, den die ganze Welt kennt. Doch ob Wien oder Paris, der Zeitgeschmack ist derselbe. Man muss alt aussehen, um respektiert zu werden. Die Männer lassen sich Bärte wachsen, pflegen eine gewisse Leibesfülle, rauchen Zigarre und verachten jede Form von Spaß. Die Frauen quälen sich in Korsetts und ungesunde Kleidung, die nicht das kleinste Stück Haut entblößt. Es herrschen strenge Sitten. Sex ist tabu. Freude verboten. Der Lack, der diese Gesellschaft zusammenhält, die sich in Wien, Paris und London nicht unterscheidet, blättert allmählich. Das erschöpfte, von einem Greis regierte Kaiserreich Österreich-Ungarn wird von den Ansprüchen junger Nationen bedrängt. Aber es sind andere Dinge, die sein Fundament ins Wanken bringen. Das Alltagsleben verändert sich in erster Linie durch Neuheiten, an denen sich Zweig erfreut. Der Telegraf, das Telefon, die Bahn, das Automobil, die ersten Flugzeuge. Dies alles vergrößert die Kluft zwischen den Generationen. Gleichzeitig entsteht in Wien eine neue Disziplin, die trotz unerbittlicher Widerstände einen durchschlagenden Erfolg erlebt und das Denken revolutioniert. Die Psychoanalyse. Dr. Sigmund Freud öffnet den Weg zum Unbewussten. Der junge Stefan Zweig stürzt sich hinein. 1911 erscheint Zweigsnovelle »Brennendes Geheimnis«. Sie führt einen mondänen Verführer vor, einen Frauenjäger, der ein zwölfjähriges Kind benutzt, um dessen Mutter zu erobern. Er war einer jener jungen Menschen, deren hübschem Gesicht viel geglückt ist und in denen nun beständig alles für eine neue Begegnung, ein neues Erlebnis bereit ist, die nichts Erotisches übersehen. Wenn man solche Menschen mit einer gewissen leichtfertigen Verächtlichkeit »Frauenjäger« nennt, so geschieht es ohne zu wissen, wie viel beobachtende Wahrheit in dem Wort versteinert ist. Denn tatsächlich, alle leidenschaftlichen Instinkte der Jagd, das Ausspüren, die Erregtheit und die seelische Grausamkeit, flackern in dem rastlosen Wachsein solcher Menschen. Sie sind beständig auf dem Anstand, immer bereit und entschlossen, die Spur eines Abenteuers bis hart an den Abgrund zu verfolgen. Sie sind immer geladen mit Leidenschaft, aber nicht der des Liebenden, sondern der des Spielers, der Kalten, Berechnenden und Gefährlichen. In dieser Novelle ist alles enthalten. Bei ihrer Lektüre drängt sich eine Frage auf, sie zeigt eine Obsession, weist auf ein Paradoxon hin. Die Frage, ist Zweigswerk nicht die literarische Entsprechung der Arbeit Freuds, eine Erwiderung auf der Ebene einer Erzählung? Verbote, Verdrängung, Widersprüchlichkeiten des Begehrens, Eifersucht und Sexualität sind die Themen dieser Novelle und des ersten großen Erfolgs des jungen Stefan Zweig. Die Obsession. Zweig geht es im Wesentlichen darum, immer tiefer einzudringen in die Wurzelhöhlen und Kloaken des Herzens, wie es in Verwirrung der Gefühle heißt, wo die wahren, gefährlichen Bestien der Leidenschaft umfahren. Vielleicht ist es diese Obsession, die seinem Werk diese dunkle, einer schwarzen Sonne gleichenden Schönheit verleiht. Das Paradoxon. Zweig, der in der Tradition des Europas der Aufklärung steht, ist in seiner literarischen Suche fasziniert von den verborgenen Kräften, die einen Mann oder eine Frau von den höchsten Höhen in die tiefsten Abgründe führt. Mit brennendes Geheimnis beginnt eine ungebrochene literarische Karriere. Zweig wird mit einem Schlag berühmt, er ist 30 Jahre alt. Seine große Leserschaft lernt einen bisher unbekannten Ton kennen, aber auch einen Seelenforscher, der neuen Wind in die Literatur bringt. Zweig selbst überrascht dieser phänomenale Erfolg am meisten. In Wirklichkeit zweifelt er an seinem Talent. Schon immer begegnete er der Literatur geradezu mit Verehrung. Mit 15 veröffentlicht er seine ersten Gedichte und weiß, dass sie nicht so gut sind wie die seiner bewunderten Vorbilder, die er immer wieder übersetzt. Baudelaire, Verlaine, Veraren, Paul Valéry, Yates, Rimbaud. Als Europa am 28. Juni 1914 in Sarajevo in Brand gerät, ist Zweig zwar verblüfft, aber nicht wirklich überrascht. Zweig hasst den Krieg. Doch er lässt sich von der allgemeinen patriotischen Stimmung mitreißen. Einen Augenblick lang. Dann besinnt er sich wieder auf seinen Pazifismus. Zumal, weil sein Meister, Romain Rolland, soeben den heftig diskutierten Aufsatz über dem Schlachtgetümmel veröffentlicht hat. Rolland befürwortet einen Verband der geistigen Persönlichkeiten Europas gegen die Barbarei, um zu zeigen, dass Europa zugrunde geht, wenn sich seine Bürger gegenseitig bekämpfen. Zweig ist für die Idee gewonnen. 1915 reist Stefan Zweig im Auftrag des Kriegsarchivs nach Galicien, das von russischen Truppen besetzt war und zurückerobert worden ist. Dem eigentlich Grausigen des Krieges war ich in den ersten Tagen noch nicht begegnet. Sein Antlitz übertraf dann meine schlimmsten Befürchtungen. Da so viel wie gar keine regelmäßigen Passagierzüge verkehrten, fuhr ich einmal auf offenem Artilleriewagen, auf der Protze einer Kanone sitzend. Ein anderes Mal in einem jener Viehwagen, wo die Menschen im Gestank übereinander und durcheinander todmüde schliefen, während man sie zur Schlachtbank führte. Selbst schon ähnlich waren geschlachtetem Vieh. 1918. Endlich wird der Waffenstillstand unterzeichnet. Österreich-Ungarn existiert nicht mehr. Eine neue Europäische, die vom Versailles und anderen Vertraiden folgen. Die Autrisch-Hongrie verkehrt und in Italien verkehrt die Lande verkehrt. Im März 1919 kehrt Zweig nach Österreich zurück, wo er sich in Salzburg niederlässt, zusammen mit seiner Frau Friederike, die zwei Kinder aus einer früheren Ehe mitbringt. Die beiden haben kurz vor Kriegsbeginn geheiratet. In diesem Haus auf dem Kapuzinerberg werden sie 15 Jahre wohnen. Das besiegte, gedemütigte und erpresste Deutschland ist nun Republik geworden, die Weimarer Republik. Getreu seinen pazifistischen Idealen fordert Zweig die Länder auf, ihre Wunden zu schließen und sich zu verbrüdern. Zugleich wirbt er weiterhin für ein geeintes Europa, an dessen Idee er bis an sein Lebensende festhält. Ein Mann verkörpert für ihn die Hoffnung auf eine Welt ohne Krieg. Walter Rathenau, der zuerst wieder Aufbauminister, dann Außenminister der Weimarer Republik ist. Zweig hegt eine tiefe Bewunderung für ihn, die am 16. April 1922 ihren Höhepunkt findet, als es Rathenau gelingt, den Vertrag von Rapallo abzuschließen, in dem Sowjetrussland und Deutschland auf Kriegsentschädigungen verzichten. Zwei Monate später wird Rathenau von rechtsextremen Attentätern ermordet. Stefan Zweig ist zutiefst bestürzt. Zweig zieht sich nach Salzburg zurück, um zu schreiben. Zunächst will er sich in den Dienst berühmter Autoren stellen und verfasst bemerkenswerte literarische Biografien. Drei Meister über Balzac, Dickens und Dostoevsky. Der Kampf mit dem Dämon über Hölderdin, Kleist und Nietzsche. Und drei Dichter ihres Lebens über Stondal, Casanova und Tolstoi. Zweig ist von jenen europäischen Schriftstellern fasziniert, für die das Ich literarisches Vehikel ist. Der große Erfolg kommt allerdings mit den zwei kurzen emblematischen Erzählungen der Amokläufer und Brief einer Unbekannten, die 1922 erscheinen. In ihnen gestaltet Zweig eine seiner zentralen Obsessionen, die zerstörerische Macht der Leidenschaft, die er hier unter ihrem dämonischsten Antlitz analysiert. In Der Amokläufer, einer tiefschwarzen Novelle, zeigt Zweig, wie Liebesleidenschaft den schlimmsten Wahnsinn auslösen kann. Auch prangert er die Brutalität des Kolonialgeistes an. Die Erzählung ist somit ein doppeltes Grabmal, für die Seelen und für die humanistischen Ideale. Das ist das, das ist die Möchleidenschaft. Das ist nicht eine Légende, die Möchleidenschaft. Ich glaube nicht. Brief einer Unbekannten ist eine Erzählung ganz anderer Art. Eine Frau schreibt einem berühmten Wiener Romancier, dass sie sterben wird. Von absoluter, blinder Leidenschaft verzehrt, hat sie ihn immer geliebt, doch er hat es nie erfahren. Die Möchleidenschaft Die Möchleidenschaft Die Möchleidenschaft Wie in einer reinen Tragödie von Corneille stürzt uns dieses Geständnis in Abgründe, den in Zweig eine markerschütternde Musik entlockt. Das letzte Klagelied eines durch Liebe zerstörten Herzens. Das Buch ist ein überwältigender Verkaufserfolg. Zweigs Bekanntheit enthebt ihn finanzieller Sorgen. Er reist wieder, kehrt nach Paris zurück, in seine zweite Heimat, in die Stadt der ewigen Jugend. Und in Paris entdeckt er einen Autor, dessen Werk ihn aufwühlt und seinem eigenen Verwandt ist. Francis Scott Fitzgerald. Zweig würde ihn gern treffen. Als er Der große Gatsby liest, erkennt er in Fitzgerald einen Bruder im Geiste. Doch Fitzgerald ist bereits wieder in Amerika. Zweig beginnt seinen ersten Roman. Er wird ein Fragment bleiben. Rausch der Verwandlung ist ungeheuer Fitzgeraldisch. Zweig erzählt darin vom Unglück einer kleinen Postangestellten, die plötzlich Geld, Luxus und feudale Hotels kennenlernt. In der Welt der Reichen macht sie eine wahre Verwandlung durch. Zuerst verschüchtert, genießt sie bald dieses Leben, indem sie sich für jemand ausgibt, der sie nicht ist. Bis sie entlarvt und in ihr tristes Postamt zurückgeschickt wird. Sie lernt Ferdinand kennen, der Krieg und Gefangenschaft erlebt hat und wie sie zwischen Aufbegehren und Hoffnungslosigkeit schwankt. Rausch der Verwandlung ist ein Roman. Ein längeres, dichteres und vielschichtigeres Werk als eine Novelle. Unablässig überarbeitet Zweig das Ende seiner Geschichte. Er gibt den Roman auf und schreibt wieder Novellen. Im Jahr 1927 entstehen zwei neue. Zunächst 24 Stunden aus dem Leben einer Frau. 24 Stunden aus dem Leben einer Frau ist von außerordentlicher psychologischer Finesse. Die Novelle spielt Anfang des 20. Jahrhunderts in einer Pension an der Riviera. Eine Frau erzählt von einer stürmischen Liebe, die mehr als 20 Jahre zurückliegt und ihr Leben auf den Kopf stellte. Bei einem Casino-Besuch erlebt sie am grünen Tisch den Ruin eines jungen Mannes mit, der sie fasziniert. Um ihn vor dem Suizid zu bewahren, begleitet sie ihn, bietet ihm Geld an, nimmt ihm das Versprechen ab, nie wieder ein Casino zu betreten. Über die darauffolgende verrückte Nacht in einem Hotelzimmer wird sie nie hinwegkommen. Der zweite große Erfolg wird Verwirrung der Gefühle. Dieses Buch sei eine künstlerische Hochleistung, schreibt ihm Freud nach Erscheinen der Novelle. Zweig thematisiert darin die Verwirrungen und Verheerungen des Eros, jenes Feuers der Leidenschaft, als eine Art Pakt mit dem Teufel. Es geht um Homosexualität, ein absolutes Tabu in der damaligen Zeit. Verwirrung der Gefühle erlebt einen aufsehenerregenden Erfolg. Zweig genießt nun den Sonderstatus des weltweit meistgelesenen deutschsprachigen Schriftstellers. Und doch befreit ihn dieser Erfolg nicht von einer alten Unruhe. Als Hugo von Hoffmannsthal, das Idol seiner Jugend, öffentlich über seine Schriften spottet, glaubt er zu sterben. Musil und Brecht äußern sich ironisch über seine Schreibwut, auch Rilke ist es allmählich leid. Sogar Freud regt sich nicht zum ersten Mal über Zweigs devote Haltung ihm gegenüber auf und meint, er verstünde nicht alles, denn er sei eben nur ein Schriftsteller, ein Literat. Zweig hat Schwierigkeiten, öffentlich und privat. Wenn er bewundert, schmeichelt er manchmal zu viel und sein Erfolg verärgert. Angesichts der spitzen Bemerkungen, sowie seines mit gewissen Verpflichtungen verbundenen Renommees, packt ihn eine Art Schwindelgefühl. Ich ziehe es vor, Verteidiger von Beruf zu sein. Mir persönlich macht es mehr Freude, Menschen zu verstehen, als sie zu richten. Seiner Frau Friederike schreibt er, am besten wäre noch einmal den Versuch zu machen, die Welt zu erfahren, statt sie zu schildern. Er ist 45. Die Welt erfahren. Zweig fühlt sich zunehmend erschöpft und als Gefangener seiner eigenen Bücher, an denen er wie besessen am Schreibtisch arbeitet. Wichtig wäre, schreibt er seiner Frau in einem anderen Brief, etwas Neues neu anzufangen. Eine andere Art Leben, anderen Ehrgeiz, anderes Verhältnis zum Dasein. Zweig weiß, dass mit jedem neuen Buch seine fieberhafte Lust auf das Leben zurückkehrt, also schreibt er. Ständig. Zwei Jahre darauf, 1929, soll ein Ereignis ein brüchig gewordenes Gefüge ins Wanken bringen. Zweig wird sich niemals ganz davon erholen. Und vielleicht liegt hierin der Pfeil, der ein bereits ziemlich von Unsicherheit geplagtes Herz trifft. Zweig erhält eine Einladung nach Moskau. Er fährt in die Sowjetunion. Als Pazifist und unpolitischer Mensch hat er das kommunistische Regime nie idealisiert. Doch er glaubt an die Möglichkeit einer besseren Welt. Auf seiner Reise sieht er den ganzen Schrecken des stalinistischen Systems. Er lässt sich nicht täuschen, weder über die Not noch über die Unterdrückung. Trotzdem prangert er das Sowjetregime nicht an. Nicht eindeutig. Als er nach Österreich zurückkehrt, beschimpft ihn die Presse wegen seiner Weigerung, die Sowjetunion öffentlich zu kritisieren. Die Welt gerät ins Wanken. Zweig spürt das, will es aber nicht zugeben. Jedenfalls nicht öffentlich. Um von dieser Welt, die er langsam verschwinden sieht, zu erzählen, zieht er die Literatur, Pamphleten und Zeitungsartikeln vor. Er macht sich an die Arbeit. Er schreibt eine Novelle, in der man zugleich sein Selbstporträt und eine furchtbare Vorahnung sehen kann. Buchmendel. Natürlich geht es darin um Zweigsleidenschaft für die Literatur, aber auch um den Preis, den er dafür zu zahlen bereit sein wird, nachdem er ihr sein ganzes Leben gewidmet und vielleicht auch geopfert haben wird. Der Jude Mendel ist ein Büchertrödler in Wien. Er sitzt seit Jahren jeden Tag im Café Gluck, am selben Tisch, umgeben von einem Haufen Bücher. Ein wahrhaftiges, lebendes Gedächtnis, aber eingeschlossen in sich selbst, weiß Mendel nichts vom Lärmen der Geschichte. Außerhalb der Bücher wusste dieser merkwürdige Mensch nichts von der Welt. Denn alle Phänomene des Daseins begannen für ihn erst wirklich zu werden, wenn sie in Lettern sich umgossen, wenn sie in einem Buche sich gesammelt und gleichsam sterilisiert hatten. Im Ersten Weltkrieg hält man Mendel für einen Spion, weil er sich Bücher aus Frankreich und England kommen lässt, den Feinden von Österreich-Ungarn. Er wird verhaftet und in ein Konzentrationslager gesteckt. Nach dem Krieg kommt er als gebrochener Mann nach Wien zurück. Er geht wieder ins Café Gluck, doch der Besitzer setzt ihn vor die Tür. Seine Bücher wurden konfisziert. Ohne sie sieht Mendel keinen Sinn mehr im Leben. Verloren in einer feindlichen Welt stirbt er schließlich. Zweig gleicht in vielem diesem unverstandenen Büchertrödler. Wie Mendel ist er ein Bote universeller Kultur, ein Geistesmensch, der sich mit Leib und Seele den Büchern verschrieben hat. Er wird verfolgt von dem riesigen Missverständnis, das der Literatur droht. Literatur hat für Zweig eine so große Bedeutung, weil sie das wahre Wesen des Menschlichen zum Vorschein bringt. Am Ende seiner Novelle formuliert er ihre umfassendste Definition. Ich, der ich wissen sollte, dass man Bücher nur schafft, um über den eigenen Atem hinaus sich Menschen zu verbinden und uns so zu verteidigen gegen den unerbittlichen Widerpart des Lebens, Vergänglichkeit und Vergessen. 1933, Sonnenuntergang, heißt es in seiner Autobiografie. Ein entscheidendes Jahr im Leben von Stefan Zweig. Am 30. Januar wird Hitler Reichskanzler. Jüdische Autoren dürfen nicht mehr publizieren. Am 10. Mai veranstalten die Nationalsozialisten Bücherverbrennungen. Zu den nun verfehmten Schriftstellern gehören Thomas Mann, der vier Jahre zuvor den Literaturnobelpreis erhalten hat, Sigmund Freud und Stefan Zweig. Ihre Bücher werden Beute der Flammen. Es gab nichts zu tun, nichts zu hören, nichts zu sehen. Überall und ununterbrochen war um einen das Nichts. Die völlige raumlose und zeitlose Leere. Man ging auf und ab und mit einem gingen die Gedanken auf und ab. Immer wieder. Aber selbst Gedanken, so substanzlos sie scheinen, brauchen einen Stützpunkt. Sonst beginnen sie zu rotieren und sinnlos, um sich selbst zu kreisen. Auch sie ertragen nicht das Nichts. Man wartete auf etwas, von morgens bis abends. Und es geschah nichts. Zweig, dem die deutsche Sprache die eigentliche Heimat bedeutet, wird in Deutschland zum öffentlichen Feind erklärt. Ich weiß, dass die Sprache, in der man schreibt, es nicht erlaubt, von einem Volk sogar in seinem Wahn sich loszusagen und es zu verfluchen, schreibt er an Romain Rolland mit seiner für ihn typischen Ablehnung von Hass. Manche werden das als kompromittierend empfinden. Er erntet heftige Kritik von seinem Freund Josef Roth, den Zweigsschweigen empört, weil es den Nazis eine Art Legitimität bietet. Alles kommt von ihrer schwankenden Haltung, alles Böse, alles Missverständliche, schreibt er ihm im November 1933. Roth, aber auch dessen Schützling Klaus Mann, der Zweig um Unterstützung für seine Exilzeitschrift bittet, alle drängen ihn, sein Schweigen zu brechen und seinen Elfenbeinturm zu verlassen, da er für ganz Europa eine moralische Autorität darstellt. Zweig ist ratlos. Er leidet unter der eigenen Entschlusslosigkeit und der Entfernung der Freunde. Er wird hin und her gerissen zwischen dem, was er will, und widersprüchlichen Treueversprechen. Er gibt seiner vorherrschenden Neigung nach, der des Kompromisses. Die Reibung führt zur Zerrissenheit, dann zum Zusammenbruch. Zweig sieht noch nicht, was kommen wird. Er spürt nur, dass die sorglosen Jahre vorüber sind. Im Februar 1934 erlebt Zweig in Wien den Arbeiteraufstand mit, der von der Polizei mit Unterstützung der paramilitärischen Heimwehr niedergeschlagen wird. Sein Haus wird durchsucht, da er angeblich Waffen versteckt hat. Tief gekränkt entscheidet er daraufhin, Österreich zu verlassen. Seine Frau Friederike zieht es vor, in Salzburg zu bleiben. Die beiden lassen sich bald scheiden, verlieren sich jedoch nicht aus den Augen. Friederike bleibt für Stefan eine stets getreue Freundin. Ihr erzählt er von seinen Qualen, seinen erotischen Abenteuern, die ihn nie befriedigen und sein Gefühl schrecklicher Einsamkeit verstärken. Zweig reist nach London, wohin ihm seine Sekretärin und jetzige Lebensgefährtin Lotte Altmann bald folgt. Doch in England ist nichts wie erhofft. Alles, was sich dazwischen versucht, getan, gelernt, genossen, schien weggeweht. Ich stand mit mehr als 50 Jahren wieder an einem Anfang. Ich war wieder Student, der vor seinem Schreibtisch saß und morgens in die Bibliothek trabte, nur nicht so gläubig, nicht so enthusiastisch. Mit einem Schimmer von Grau auf dem Haar und ein leises Dämmern von Verzagtheit über der ermüdeten Seele. Ebenfalls im Jahr 1934 veröffentlicht Zweig sein Buch über Erasmus, ein kaum verhülltes Selbstporträt und ein Plädoyer für Europa, in dem er seine neuesten Standpunkte begründet. Am Beispiel von Erasmus, dem Fürsten des Humanismus der Renaissance, prang er Zweig Fanatismus und Intoleranz an. Er antwortet darin auf die Beschuldigungen, die ihn so sehr verletzen, zumal sie von denen kommen, die er bewundert und die er mit bekannt gemacht hat. Es ist der Sinn aller Leidenschaften, das sie einmal ermüden. Es ist das Schicksal jedes Fanatismus, das er sich selbst überspielt. Die Vernunft, sie, die ewige und stillgeduldige, kann warten und beharren. Manchmal, wenn die anderen trunken toben, muss sie schweigen und verstummen. Aber ihre Zeit kommt. Immer kommt sie wieder. 1935 ist Zweig ständig unterwegs. Vortragsreisen führen ihn nach New York, London, Wien. Und er kommt nach Dresden, wo die Uraufführung von Richard Strauss' Oper »Die schweigsame Frau« stattfindet, zu der er das Libretto geschrieben hat. Strauss ist zur Zusammenarbeit mit dem Naziregime bereit, besteht aber darauf, dass Zweig als Librettist genannt wird. Nach zwei Aufführungen wird die Oper verboten, weil Zweig Jude ist. Zweig zeigt sich getroffen. Er kehrt nach London zurück, stürzt sich ins Schreiben. Er beginnt den Roman »Ungeduld des Herzens«. Im englischen Exil erfährt er, dass seine Bücher nunmehr auf dem Index der Nazis stehen. Im August 1935 erhält er eine Einladung nach Südamerika. Man bereitet ihm einen triumphalen Empfang. In Brasilien, in Argentinien. Zweig, der sich schon immer als Wanderer verstanden hat, weiß, dass er nun exiliert ist. Er reiht sich in die lange Kohorte der aus ihrer Heimat vertriebenen Autoren ein. Zweig versteht es, diese langsam schwindende Welt durch die Literatur wieder auferstehen zu lassen. In seiner Autobiografie wird er sie »Die Welt von gestern« nennen, um zu verdeutlichen, dass sich die Zeit unwiderruflich verändert hat. In »Ungeduld des Herzens«, dem einzig vollendeten Roman Stefan Zweigs, lebt diese Welt nochmals auf. Er führt uns in eine kleine Garnisonsstadt zu Anfang des Jahrhunderts. Bei einer Abendgesellschaft fordert ein angetrunkener junger Leutnant die Tochter seines Gastgebers zum Tanz auf, ohne zu wissen, dass sie gelähmt ist. Ein Schnitzer. Aber was jetzt geschieht, ist furchtbar, erzählte Leutnant. Der vorgebeugte Oberkörper fährt mit einem Ruck zurück. Gleichzeitig stürzt von innen ein Guss von Blut in die bleichen Wangen. Die eben noch offenen Lippen pressen sich scharf ineinander. Und nur die Augen starren unbeweglich auf mich mit einem solchen Ausdruck von Schrecken, wie er mir noch nie im Leben entgegengefahren ist. Im nächsten Augenblick geht durch den ganzen aufgekrampften Körper ein Ruck. Sie stützt sich mit beiden Händen am Tisch empor und plötzlich ein Schluchzen, wild, elementar, wie ein erstickter Schrei. Der Leutnant, von Gewissensquallen geplagt und voller Mitleid für die Behinderte, will seine Ungeschicklichkeit wiedergutmachen und besucht Edith jeden Tag. Sie verliebt sich unsterblich in ihn. Der Soldat fühlt sich in seiner eigenen Falle gefangen. Aus Schwäche, aus Angst, Edith zu enttäuschen, die sich, als sie begreift, dass er sie nicht liebt, in den Tod stürzt. Es ist der 28. Juni 1914, der Tag des Attentats von Sarajevo und Vorzeichen einer anderen Katastrophe. Nunmehr staatenlos geworden, bemüht sich Zweig intensiv um die britische Staatsbürgerschaft. Im Mai 1939 stirbt Josef Roth, mit dem er sich bis zuletzt ausgetauscht hat. Am 23. September folgt ihm Sigmund Freud. Die Welt von gestern verschwindet nach und nach. Einige Tage zuvor ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Die Trauerrede, die Zweig für Freud in London hält, ist auch eine für Europa. Die Weltkrieg verletzt, die Hitlerkrieg verletzt hat. Die Weltkrieg verletzt, und seine Angekriege verletzt, und seine Angekriege ist zu sein. Die Weltkriegs verletzt, nichts mehr kann nicht die Krieg verletzt. Diese Krise, die sich seit einigen Wochen vergrößert, hat nun zu sein Paroxysm, die Inquiettude und die Nervosität des Menschen. Vom Herbst 1939 bis zum Frühjahr 1940 kommt Zweig nicht zur Ruhe, findet sich nicht zurecht. Im März erhalten er und Lotte, die er jüngst geheiratet hat, endlich die britische Staatsangehörigkeit. Doch er fühlt sich als Fremder und Objekt des Misstrauens in diesem provisorischen Refugium. Im April hält er im Pariser Théâtre de Marigny einen Vortrag über das Wien von gestern, den Archetypus einer verschwundenen Kultur. Zwei Monate später kapituliert Frankreich. Es war ein sonderbarer Morgen. Man trat stumm vom Radio zurück, dass eine Botschaft in den Raum geworfen, die Jahrhunderte überdauern sollte. Eine Botschaft, die bestimmt war, unsere Welt total zu verändern und das Leben jedes Einzelnen von uns. Eine Botschaft, in der Tod für Tausende unter jenen war, die ihr schweigend gelauscht. Es war wieder Krieg. Ein Krieg, furchtbarer und weit ausgreifender als je zuvor ein Krieg auf Erden gewesen. Abermals war eine Zeit zu Ende. Abermals begann eine neue Zeit. Wir standen schweigend in dem plötzlich atemstill gewordenen Zimmer und vermieden, uns anzublicken. Zweig verlässt endgültig den europäischen Kontinent. In seinem Tagebuch aus dem Jahr 1940 äußert er sich in Andeutungen über die Möglichkeit des Suizids. Der einzige Trostgedanke, dass man jeden Tag Schluss machen kann. Das Leben ist nicht mehr lebenswert. Wozu all diese Erniedrigungen noch durchmachen? 1941, Zweig ist in New York. New York ist zum Zufluchtsort für verfolgte Intellektuelle und Künstler geworden. Für Saint-Exupéry, Renoir, Breton, den jungen Claude Lévi-Strauss, die Familie Mann und für viele andere. Zweig unterstützt finanziell und geistig das Emergency Rescue Committee, eine Hilfsorganisation für Flüchtlinge. Aber er kann in New York nicht arbeiten. Er lässt sich in New Haven, Connecticut nieder und macht sich an seine Autobiografie, ohne Aufzeichnungen, ohne Notizbücher, die in London und Salzburg geblieben sind. Er nennt sie die Welt von gestern. Am 15. August 1941 schifft er sich mit Lotte nach Brasilien ein, wo man ihn zu einem Helden macht. Sie verbringen ein paar Wochen in Rio und richten sich dann in einem Bungalow in Petropolis ein. Eine Kleinstadt, deren stiller Charme Zweig an Salzburg erinnert. Für Zweig gleicht Brasilien eine Art Schlaraffenland, dessen Völkergemisch das verkörpert, was er sich für das ferne, tote Europa erträumt hatte. Das Land ist auch der Nachglanz des Wiens seiner Kindheit, wo unterschiedliche Gemeinschaften zusammenlebten. Dies alles verstärkt noch seine Sehnsucht nach der alten Welt, die ihm Kriegsgetöse zusammenbricht. Zweig spürt, dass ihn seine Kräfte verlassen. Sein Zustand verschlechtert sich, zu seiner seelischen Erschöpfung kommt die politische Mutlosigkeit. Am 27. Oktober schreibt er an Friederike, aber andererseits wächst das Grauen über die Zeit ins Ungemessene. Und doch rafft sich Zweig auf, um die Schachnovelle, eine seiner schönsten Erzählungen, zu schreiben. Ähnlich einer antiken Tragödie lässt diese letzte Novelle das Schlimmste ahnen, als hätte Zweig darin seine eigene Niederlage angekündigt. Auf einem Passagierdampfer von New York nach Buenos Aires begegnen sich zwei Männer. Ein Schachweltmeister mit dem Ruf, unschlagbar zu sein, und Dr. B., ein ehemaliger Gefangener der Nazis. Dr. B. war von der Gestapo verhaftet und mehrere Monate durch totale Isolation seelisch gefoltert worden. Doch in der Haft gelang es ihm, an ein Schachbuch zu kommen, das ihm half, sein Martyrium zu ertragen und zu überleben. Er lernte Schach und spielte in der Fantasie gegen sich selbst. Als befreiter Überlebender des Hitler-Wahnsinns tritt er gegen den Schachweltmeister an. Über das atemberaubende Duell hinaus scheint Zweig hier mit seinen eigenen Dämonen abzurechnen. Und zugleich die Abscheulichkeit des Nationalsozialismus zu betrachten, der sein humanistisches Ideal zerstört hat. Diese kurze, erschütternde Geschichte ist für Zweig ein Requiem, in dem das Schachbrett zum Spiegel einer Welt wird, in der das Gute das Spiel gegen die Barbarei verloren hat. Diese Welt, die nichts mehr gemein hat mit der, in die er geboren wurde, in der er gelebt und gehofft hat, schildert er in zwei wichtigen Büchern, seinen beiden letzten. In der wehmütigen und klarsichtigen Autobiografie »Die Welt von gestern« und in einem kurzen Essay, der sein geistiges Testament darstellt. Montaigne. In diesem beeindruckenden Werk zeichnet er die Gestalt eines für ihn wahren Europäers. Montaigne weigerte sich, in das Geschrei der Besessenen mit einzustimmen, als Europa während der Religionskriege ein erstes Mal im Chaos versank. Bei Montaigne findet Zweig geistige Unabhängigkeit, Selbsterkenntnis, verantwortungsbewusste Freiheit. Dinge, so schreibt er, die man nur um den Preis tiefster Einsamkeit erlangt. Zweig schreibt in »Die Welt von gestern«, »Wieder meinen Willen bin ich Zeuge geworden der furchtbarsten Niederlage der Vernunft und des wildesten Triumphes der Brutalität innerhalb der Chronik der Zeiten.« Einige Tage darauf besucht er den gleichfalls im brasilianischen Exil lebenden Georges Bernanos. Bernanos versucht, ihn aufzurichten. Vergebens. Zweigs Entschluss scheint gefasst. Während er mit Lotte den Karneval in Rio besucht, für ihn eine absurde Veranstaltung, die seine Verbitterung nur noch vertieft, wird ihm der letzte Stoß versetzt. Er erfährt von der Niederlage der Breten in Malaysia und der japanischen Eroberung Singapurs. Und Lotte leidet immer mehr unter ihrem Asthma, bis hin zu Erstickungsanfällen. Ihre Krankheit lässt sie nicht mehr zu Atem kommen. Am 18. und 19. Februar ordnet Zweig seine Unterlagen und Manuskripte. Er schreibt einen Brief an Friederike. »Die Zukunft kann uns nie das bringen, was uns einst beglückte.« Einen weiteren an Jules Romain, dem er anvertraut, er sei ohne Glaube, ohne Begeisterung. Und einen letzten an die brasilianischen Behörden, in dem er bestätigt, dass er aus freiem Willen und bei klarem Verstand gehandelt hat. Am Morgen des 22. Februars 1942 kleidet sich Stefan Zweig elegant, dunkles Hemd, schwarze Krawatte, und schluckt mittags große Mengen Veronal, ein Schlafmittel. Ebenso Lotte. Als man die beiden am nächsten Tag findet, liegt er auf dem Rücken. Sein Körper ist entspannt, sein Gesicht friedlich. Sie liegt zusammengerollt neben ihm und scheint sich an ihm festzuklammern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020